Hi zusammen. Wir zocken heute wieder Lucky Pharao. Diesmal auf 1 Euro Einsatz. Und wir legen einfach mal los. Mal sehen wie weit wir kommen. Vergesst auf jeden Fall nicht dem Video einen Daumen nach oben zu geben und den Kanal zu abonnieren. Das hilft auf jeden Fall wirklich sehr sehr weiter. Also vielen Dank dafür für eure Unterstützung. Wir starten direkt mal mit drei Power Spins. Mal sehen. Okay, sechs Power Spins. Okay, weiter geht's. Untertitelung des ZDF, 2020 Zwei Pausbins Schade Zehn Pausbins wären doch schon mal was, oder? Das wäre doch mal ein Ziel, was ich hier noch erreichen möchte Aber aktuell sieht es nicht danach aus Schade 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 Zwei Pausbins Ob die uns retten können? Schade 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 Zwei Pausbins Schade Schade Die 10 Power Spins sind immer noch unser Ziel, aber wir sind noch nicht angekommen, leider. Endlich mal, 19 Power Spins, ok, das ist doch mal was, los geht's. Endlich mal, 19 Power Spins. Endlich mal, 19 Power Spins. Endlich mal, 19 Power Spins. 21 Power Spins, ok, los geht's. Endlich mal, 19 Power Spins. Endlich mal, 19 Power Spins. Noch 6 Power Spins, allzu viel ist bisher nicht dabei rumgekommen. Endlich mal, 19 Power Spins. Na gut, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vergiss nicht dem Video einen Daumen nach oben zu geben. So rum. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.